Herzlich Willkommen im Restaurant El Capone in Adorf. Toni Binkert und seine Familie führen persönlich und mit viel Liebe das gemütliche Lokal an der Hauptstrasse 50. Aus Liebe und Begeisterung für gutes Essen sind Spezialitäten wie Spatzliplausch und Tartarfest entstanden und zu einem festen Bestandteil des Angebotes geworden. Unsere behagliche Gaststube verfügt über 40 Sitzplätze. An warmen Tagen und Abenden können Sie auf unserer schönen Terrasse Platz nehmen. Raucher und Nichtraucher sitzen bei uns selbstverständlich separiert, sodass jeder nach seinen Wünschen geniessen kann. Das El Capone ist berühmt als ideales Lokal für geschäftliche oder private Anlässe. Ob Sie einen Apero, Ihre Vereins-GV, eine Geburtstagsparty, ein Geschäftsessen oder ein Familienfest bei uns feiern wollen, wir planen gerne Ihr Event mit Ihnen bis ins kleinste Detail. Entspannen Sie mit unserer ausgezeichneten Küche, einem hervorragenden Service, erlesenen, weinen und einladender Atmosphäre. Unser ganzes Team freut sich auf Ihren Besuch.